So, sind wir auf dem dritten Berg oben. Weiß jemand, wie der Berg heißt? Stufen! Stufen! Stufen ist das, genau. Stufen! Stufen, genau, das ist der Stufenberg. Schlimm, gell? Ja, aber es läuft sich hier relativ gut. Wer bist denn du? Larissa, wo bist du denn her? Larissa, wo bist du her? Von hier. Von Aale. Ich weiß nicht, wo Aale liegt, also ich weiß. Drei Kilometer von hier. Und von Aale, da läuft man hier im Dschungel. Schau mal, wie schön es ist hier. Sehr schön, gell? Der volle Dschungelpfad. Wollen Sie trinken? Komm, ich habe Durst. Ja, kommt dann bald. Ich habe auch Durst. Haben wir ja bald 30 Kilometer. Da sind Anna, Denise, Manfred und der Gerhard. Servus! Top пят, wird ag mortgage.